Hallo Leute, heute in Elektro in 5 Minuten. Ich habe Nenz zur Verfügung, eine ganze Kiste voller Nenz und möchte ein End haben. Seht ihr das? Ich möchte so ein End haben. A gehe ich drauf, B gehe ich drauf. Wie habe ich mein End? Ja, wie schaffe ich jetzt so einen Unbaustein? Wie geht das? Zeige euch. Achtung, aufpassen. Also, ich kann euch sagen, ein bisschen butsche Algebraum wieder. A und B. Ja, jetzt negiere ich hier doppelt. Und Leute, wie sieht denn allgemein von so einem Nend-Baustein die Schaltfunktion aus? Ist doch X und Y negiert. Das hier ist ein End. Also, das ist ein Nend. Das ist die Funktion eines Nends. Und was haben wir denn hier? Cool. Das ist hier ein Nend. Also, machen wir mal A, B. Gehe ich drauf mit dem Und. Und auf dem Nend habe ich hier das gereicht. Jetzt brauche ich noch einen Inverter. Wie mache ich das? Doppelt auf den Und drauf. Auch auf den Nend drauf, sorry. Und auf den Und drauf. Und das war's. Das hier, der oberen Strich, ist das hier. Das hier ist der rote Kringel. Ja, Leute. Das war's. Und ja, wenn es euch wieder gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.